Oh, wo sind Raben aufgestiegen? Da hinten. Da siehst du fliegen. Da sind sie doch schon. Wo rennt ihr hin? Ey, mein Boxhandschuh. Nee, das sollen die machen. Wir fangen sie oben ab. Du musst eine Fischstelle, komm mit. Wieso? Komm mit. Nee, ich sitz gerade so schön mal rum. Eisenhüttenstadt. Eisenhüttenstadt? Matze kommt noch bei. Wieso? Habt ihr auch Eisenhüttenstadt? Ach nee, Quatsch. Das ist was anderes. Eisenhüttenstadt ist ja bei uns irgendwo. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch Eisenhüttenstadt heißt. So, jetzt habe ich einen Boxhandschuh mit für den Feuertypen. Für den feurigen Liebhaber. Nicht, dass das so geht mit mir sind jetzt zwei. Wieso? Ich glaube, ich da raus. Ja, ja. Ich habe das jetzt mal mit dem Gewirr draufgekauft. Ja, stimmt. Wieso? Ja, scheiße. Ich habe die Klaue. Hm. Also heute ist, ich meine, gut. Hm? Ja, die Vierer. Die, wie heißt sie? Oh, ich weiß jetzt nicht. Warte, ich gucke. Ach, Derringer. Die Derringer. Vierjäger, aber es ist... Es ist heute schlecht irgendwie. Vierjäger zwar schon. Was heißt schon? Die hatten wir das letzte Mal in der ersten Runde. Oh, da haben wir sechs. Ich glaube es. Das war so genial. Ja, ne. In der ersten hatten wir, glaube ich, drei. Dann hatten wir zwei. Dann hatten wir sechs. Und dann hatten wir noch... Oh, das ist bei uns hier. Okay. Warum sind Raben aufgestiegen? Da hinten. Da, siehst du fliegen. Ey, das ist ja auch nicht so weit weg, Alter. Was denn? Raben. Die waren gar nicht... Da sind sie doch schon. Vorsicht, gucken wir. Den habe ich erschossen. Hilfe. Mich hast du erschossen, Alter. Oder? Sehr schön. Sehr schön. Da haben wir alle zwei weggemacht. Nice Sache, Alter. Cool. So, jetzt müssen wir hier den Fettsack erschießen. Schwachköpfiger. Schwachköpfiger. So, dann können wir die Brüder mal begutachten. So. Oh. Das. Guck mal aufs Bach hoch. Das da auch noch. Die werden sich schon im Arsch beißen, Junge. Ja. In Medizin. In Medizin. Oh, sehr schön. Ich brauche schon mal 150 Gold. Achso, ja, Plündern muss ich auch noch. 50 Gold. Also 200 Gold. 200 Gold. 200 Gold. Ich habe schon mal. Wie kann ich in den Plündern, Alter? Du musst bloß die Beere weggehen. Ja, geil. Ja, aber cool. Hast du dem die Waffen abgenommen? Nee, der hat bloß die Pfistelkopf mit Schulterspitze. Ah, okay. Was hast du noch mal? Ich habe, äh, eine Label, glaube ich. Boah, du hast doch schon wieder verziehen, ey. Arsch. Ja, geil. Ich finde es so ein guter Glück, das ist total. Mit dir zog ich nie wieder W. Na komm, ich habe es auch entdeckt. Na, bei W.O.W. habe ich kein Glück. So, wo gehen wir jetzt hin, vor lauter Freude. Ja, bei der Rüele. Geil. Schön. Jetzt darfst du auch nicht wieder hier rausflattern und irgendwo gerade auslaufen hier im Baum. Ja, ja, bloß auf. Ich glaube, das ist mir die richtige Sprüche. Ja, ja, ja. Weil ich nehme jetzt hier nichts noch zu weinen. Was ist das? Ich habe Panzer, oder? Was? Du hast ehrlich gesagt? Ich nehme es jetzt auch nicht mehr so genau. Seitdem ich weiß, dass bei 100 E-Ris weg ist. Ja. Was? Na. Na ja. Ich glaube, wir haben das Gebeut gehabt, sondern wir kommen zum Strahlen. Echt? Er wird doch wohl ein Medipack sein. Was machst du? Da kommt der Feueriger wieder rein. oder? Manu? Der Feueriger rennt draußen rum. Hat schon mal noch eine Tür kaputt gemacht. Warte, ich habe einen Hammer. Wo rennt er hin? Wo rennt er hin? Was da immer wieder gesehen hat, bin ich ja. Nee. Ist er hinter anderen, der hier rennt? Nee. Der hat dich gebrochen wahrscheinlich. Jetzt. Jetzt hat er mich wieder entdeckt. Und dann geht's. Der Hornachser. Da ist er tot. Wo gehen wir hin? was du schon mal schüsse gehört außer unserer nicht mehr ich glaube die neue mode ist zu warten bis einer irgendwie gefunden hat und dann kommen sie aus ihren löchern gekrochen hier ist doch schon das ein feuriger alter jetzt habe ich schüsse gehört pass auf da auf dem weg sind raten hier 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 Das war's für heute. Diese Mistmaten hier. Aber da kommen wir richtig zu weit. Ja lass uns links rein. Aber gut sie fix. So jetzt alle guten Dinger sind drei. Oh das sind Fetzer. Da ist ein Feuertyp. Ey mein Boxhandschuh. Scheiße. Okay. Hier ist ein Medikit falls du brauchst. So weiter geht's. So ein Inversorstruck. Ja. Sie ist sofort karmig. Das wird das sein. Oh schon wieder. Wollt ihr mich heute verarschen? Axel Schulz Junge mit vier Schlägen hat er ihn umgehauen. Du hast das Licht an. Ach so. Ach so. Ja das ist. Ist aus. Ja. Naja nicht falsch. Aber nicht direkt drauf zu. Du läufst nach oben. Naja wollen wir doch. Wollen doch zum Ausgang. Ach so. Hier hat man einen Gehäumer und sitzt die. Nee. Das sollen die machen. Wir fangen sie oben ab. Ich hab dir gesagt ich denke die laufen nach oben. Die haben den doch schon gefunden. Das waren doch die Schüsse die wir an Fort Carmich gehört haben. Ja. Aber sie haben auch noch nicht gehört. Nee. Wahrscheinlich sind sie dabei drauf gegangen oder sie wurden erschossen von der anderen. Und der wartet nun. Dass vielleicht ihm noch eine Fliege ins Netz. Ist ja schon mal doch so ein Feuriger. So. Ey Manu. Hier war letztens unsere Glanzaktion wo wir die 6 voll gemacht hatten. Wenn das kein gutes Omen ist. Dann weiß ich es nicht. Wir haben sogar wen. Wir haben zwei gekillt. Mhm. Die nehmen wir die Zombies. Oh die nehmen wir da rechts drüber. So. Wird er mich mal interessieren ob das dann auch loshubt. Oder ob die Pferde jetzt hier wiren. Wenn die ohne Plakette kommen. Kann man schnell feststellen. Komm mit. Wieso? Komm mit. Nee. Ich sitze gerade so schön mal rum. Was willst du denn machen? So. Jetzt bin ich direkt davor. Naja. Du bist auch kein Feind. Ich glaube dass das an einer Plakette liegt. Ja. Es wäre möglich. Es war nichts als vorher beim Schiff auch. Ich habe ja die zwei Hände gesehen. Team Extraktion. Da war nichts. Erst als die beiden gekommen sind. Mit den Trophäen ging es los. Ich weiß nicht. Ich muss noch mal drauf achten. Ob wir schon irgendwann mal welche dort erwartet haben. Die keine Trophäen hatten. Das haben wir es ja nicht erwarten jetzt. Sonst haben wir es zugelegt gemacht. Mhm. Naja. Falls wir auf die. Auf die Trophäenjäger gewartet haben. Sind die dann gekommen. Aber das haben. Das wäre immer nicht schlecht. Wenn jetzt welche kommen würden. Erstens. Dass man sie abknallen. Und zweitens. Ob man es hört. dort. Wo ist das noch? Bei dem Schiff. Bei der Hütte. Wo sind es vor. Kaltmacht nach oben. Ja. Ähm. Das Ding ging auch los. Als wir da waren. Und da hatten wir die Trophäen. Ja. Aber weil schon welche drin standen. Nee. Die sind jetzt gekommen. Nee. Oh. 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 Ob die nicht mal zu Hamlock und Haid rüber rennen? Wie will sie? Nein. Die kommen ja hoch. Ich sag's ja. Die kommen ja hoch. Die wollen unterwegs noch. Monster töten. Und richtig fett absahnen. Da war das. Alter. So weit. Hörst du das? Wolfskopf. Waffenlauber. Ich hab in die Richtung geguckt. Warte. Und dachte aber. Das ist. Ford Carmack. Ja. Dann kam das aus. Da haben wir nicht reingeguckt. Scheiße. Diesmal sind wir zum Eisenhüttenstadt gerannt. Und dann gleich hoch. Moorbatterie. Ja. Sie bewegen sich zaghaft. Noch unschlüssig. Aber es sieht schon aus, als wollen sie rechts wegbrechen. Ja. Sie gehen. nach rechts. Ich glaube schon. Sie gehen nach unten. Pass auf. Gleich kriegen sie auf die Mütze. Dann rennen sie zurück und rennen oben lang. Und bringen noch ein paar Anträger zum Verzerren mit. Na gut. Wenn nicht machen wir uns hier raus. Ja. Na gut. Na gut. Ja. Aus der Kasse noch. Aus den Jägern. Was? Wir haben sieben. Was? Wir haben sieben. Was? Wir haben sieben. von diesen Typen. Von diesen Typen. Feuertypen. Achso. Ja. Es ist ja krass. Ja. Die standen ja auch an allen Ecken rum. Diese Vollidioten. Aber weißt du. Was ich. Warte mal. Du siehst doch die Jäger. Ja. Bei den Details. Pfeil runter. Wahrscheinlich heißt das. Pfeil runter heißt. Der war niedriger ausgestattet als ich. Wahrscheinlich. Genau. Der Pfeil hoch. Das war der. Den ich beklaut habe. Der war besser ausgestattet als ich. Und wenn du zwei Pfeile rechts links hast. Ist das wahrscheinlich. Dass du gleich warst mit dem. Wir sind auch von Level Hill. All of us.